Geht bei Robert und Carmen Geiss etwa nur noch mit Viagra etwas im Bett? Tochter Schenaye fand die blaue Wunderpille nun in der Schublade ihres Vaters. Peinliche Entdeckung Schenaye findet Robert Geiss Viagra-Tabletten. In der neuen Folge von Die Geissens, eine schrecklich glamouröse Familie, Montag, 15. Januar ab 20.15 Uhr, auf RTLZWI, geht es ziemlich chaotisch zu. Robert, 59, und Carmen Geiss, 58, wollen ihre Luxuswohnung in Monaco mit Blick auf den Casino-Platz von Monte Carlo verkaufen. Davor muss diese aber erst noch ausgemistet werden, auch wenn das Aussortieren von Einrichtungsgegenständen und Dekostücken bei den Multimillionären natürlich etwas anders aussieht, als man es vielleicht von anderen Familien kennt. So tauchen plötzlich sündhaft teure Schätze wie ein Werk des Neopop-Künstlers Romero Brito, 60, auf. Tochter Schenaye, 19, macht jedoch noch eine ganz andere spannende Entdeckung. In einer Schublade findet sie Viagra. Robert Geiss erklärt Viagra-Vorrat. Schenaye kann nicht glauben, als sie beim Ausmisten plötzlich Viagra-Tabletten findet, genau genommen sind es sieben Packungen der blauen Wunderpille. Mit dem Intimleben der Eltern konfrontiert zu werden, ist wohl für jeden hart. Mögliche Sexprobleme mit Carmen möchte Robert aber nicht einfach im Raum stehen lassen. Der 58-Jährige beteuert, dass es sich dabei um ein Geschenk handelt, das war eine Nacht- und Nebelaktion auf dem Boot. Da wurde ein ganzer Karton ausgeschüttet von demjenigen, der die herstellt und hat gesagt, wer braucht, der soll nehmen. Der Multimillionär weiß, dass er nicht mehr der Jüngste ist, und hat deshalb zugeschlagen, sicher ist sicher. Da hab ich mir gedacht, du weißt, du wirst irgendwann älter, nimmst mal sechs oder sieben Pakete mit. Es lagen hundert auf dem Tisch und jeder hat welche genommen, berichtet Robert. Aktuell scheint es bei den Geissens aber auch ohne Hilfsmittel noch rund zu laufen. Denn ein genauer Blick zeigt auch, dass Robert noch keine Pille entnommen hat, und die Packungen noch zu sind.